So, und weiter geht's. Ja, oh ja, 145.000 Jungs. Das ist mir einfach mal 19 Euro im Prinzip jetzt schlimm. Der Aufklärer. Ich teste den Aufklärer in der Mission. Und, 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 okay. Taste 1, oh, okay, Taste 1. Taste 1! Okay, jetzt gut so wird. Taste 2! Taste 1! Taste! Taste 4! Taste 4! Am Ende ist er gestorcht. Aufklärer ist er echt toll, aber außer rot sieht man da einfach mal fast gar nicht. Er ist auch stark. Jetzt würde ich dir meine Waffe wechseln. Dankeschön. Wow. Ist mein Handy? Wow. Nein, ich wollte ihm noch ein Handy verpassen. Was wollte ich denn da? Nein. So, was steht da? Wenn dir das Spiel gefällt, bitte bewerten wir später. Auf keinen Fall. Das wird so... ...so... ...gut. Zoom. Zehnfach Zoom drauf. Das ist so übelst abwechslungsreich. Nehmen wir mal den. Oh, das macht ein Leder. Oh, das sind so viele. Oh, das sind so viele. Nein, die sind böse stark. Was soll denn das? Wie soll ich das denn schaffen? Riffe. Hilfe! 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 Hilfe, nein! Oh Gott, es wird so schwer. Oh Gott, es wird so schwer. Boah, er braucht keine Energie. Was soll das? Gerät? Okay, ist sie gleich tot. Wow. Und das ist voll mit Werbung. Also eine Runde werde ich noch spielen, dann habe ich meine 10 Runden. Panzerbreche, wo ist hier? Jaja, die 2 kann ich deaktivieren, ist gut. 2. Wenn ich 1 drücke, erhalte 3. Ach, nö. Wo, 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 wo. 1. Ich höre diese Trumps an da irgendwo. Soll ich denn das. Das war's. Wir haben einen gut bezahlten, dann werde ich den gut bezahlten Spezialeinsatz natürlich noch mitnehmen, weil ein bisschen Schaden aufpowern noch. Alles weg, ist noch irgendwas, was ich mir leisten kann? Nope. Spezialeinsatz müssen wir ein bisschen nehmen. Panzerbrechende Munition habe ich auch noch. Okay. 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 Thanks. Okay. 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 So, das war's. So, das Spiel ist mitzulaufen.